Musik Zu einem Konzert hatte der Frauenchor Querbeet Eisborn in die Schützenhalle eingeladen. Mit dabei das Choratelier Gabeck mit den Chorgruppen Singschule, Carmina, Cantilena und Kantate, der NGV Eintracht Mellen, der NGV Cecilia Volkringhausen und der Festspielchor Balwa Höhle. Querbeet Eisborn begrüßte am Nachmittag die zahlreichen Gäste in der Eisborner Halle mit dem Lied Thank You For The Music. Gruppe Eintracht Mellen Gruppe Eintracht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.